Ah, Synchro... Ähm... Die Roma hier. Wollte auch ein bisschen Money im Nachhinein kriegen. 600 kostet er nur. Alles klar. Na, das machen wir ja auch noch hin. Sehr schön. Genauso wollte ich das. Die Bank machen wir auch mal. Wieso nicht? Kann ich schon was abheben? Nein, noch nicht. Oh, dann vielleicht später. Ja. Schlimm, mein Freund. Wir haben alle Zeit der Welt. Nein, kann ich wahrscheinlich nicht mehr. Ist ja auch nicht so schlimm. Aber wir können auch noch Rekruten anwerben. Hab ich gehört. Dann machen wir das auch. Den Rekruten... Die sind immer gut. Äh, nein, brauche ich nichts. Jetzt... Ich... Ich könnte eigentlich mal... Moment... Ich... Okay... Ich... Ich... Kann... Ich... Ich... Auch... Ich... Auch... ... Wenn du ihm ein Haar krümpfst, bist du tot. Sehr unterhaltsam. Geh langsam weg von ihm. Komm, greif an. So eine Scheiße. Jetzt macht er euch ins Hemd. Was, Hauptmann? Wenn ihr das Leben und die Freiheit liebt, schließt euch uns an. Kämpft für den Frieden in unruhigen Zeiten. Ihr seid eine Inspiration, Effendem. Meine Stimme soll eurem Chor gehören. Juhu. Einen guten Abend. Ich bräuchte vielleicht nochmal hier... Ein paar Bomben könnte ich ganz gut gebrauchen. Da ist noch jemand zum Bestechen. Mein Freund. Wo kommt der riesen Mantel? Oh, 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 das wollte ich nicht. Alter, was geht da noch? Das ist ein Unruhestifter. Was ist nur los? Verdammt, in dieser Unruhestifter. Was ist nur los? Boah, das hat ganz gut geklappt. Wir haben so eine Hausrollung auch beendet. Aber es fehlt noch ein ganz kleines Stückchen. Ich glaube, wir sind sogar schon da. Das ist das Problem. Wir sind schon bei der Mission. Ich würde da aber unentdeckt sein. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich muss doch hier irgendwas in der Nähe geben. chillt mal. Hey, macht euch das Spaß? Hint fort mit euch. Ein wahrer Athlet, ihr Alter. Gut heiße? Spinner, allesamt. Chillt mal. So. Mehr brauchte ich ja nicht. Gucken wir nach den Rekruten. 5, 5, 1. Okay. Interessant. Oh, es gibt den Philippi. Alles klar. Da gibt's was. Sie nehmen die Werte, die den Menschen aller Glaubensrichtungen die wichtigsten sind. Das heißt nichts Gutes. Danke. Endlich. Geheim. Hoch jetzt. Komm. So, wir haben jetzt uns eigentlich soweit vorgekämpft, in Anführungszeichen. Also natürlich haben wir hier jetzt nur das. Das könnte man hier noch, oder müsste man noch machen. Das hier könnte man noch machen. Das könnte man noch machen. Aber das interessiert jetzt erstmal keinen. Wir machen die Mission. Jo, wie geht's? Ich sah fröhlichere Menschen am Galgen. Klug scheißt woanders, Efendin. Die Byzantiner stahlen uns einen halben Jahresverdienst. Mi dispiace. Kann ich helfen? Vielleicht. Seit Jahrhunderten wird mein Volk verunglimpft und beleidigt. Man schimpft uns Hexen und Zauberer. Nun, so sei es. Wir laufen nicht mehr vor diesen Lügen davon. Wir begrüßen sie. Bestärkt diese Gerüchte. Es ist besser gefürchtet zu werden, als ignoriert. Das hört sich gut an. Hier ist mein Plan. Jeder, der diese Geldruhe berührt hat, muss sterben. Aber diskret. Wie durch einen heidnischen Fluch. Der Fluch der Roma wird zu unserem Segen. Vielleicht lassen uns die Leute dann endlich in Ruhe. Fluch der Roma. Eine Gruppe byzantinischer Tempel hat eine Truhe mit dem Geld der Roma gestohlen. Vergiften sie alle, die es wagen, die Truhe zu berühren, um den Eindruck zu erwecken, die Truhe sei verflucht. Zwischen den Roma untertauchen und alle Ziele vergiften. Ja, was sonst? Dann nehmen wir die Giftklinge und die Giftpfeile. Und dann nehmen wir die Giftklinge und die Giftklinge und die Giftklinge und die Giftklinge und die Giftklinge. Okay. Meine Güte. Ich denke auch, ihr werdet coolen, oder? Jetzt stirbst du! Verrecke! Geht eh mehr auf den Sack. Komm hoch! Geh hoch! Moment mal, das könnte in der Welt genommen werden. Verdammt! Ich sehe ihn nicht mehr! Auf ein Wort! Wo? Da! Hückt ihn! What the fuck? Du bist ein toter Mann! Nein! Dir reiß ich die Haut vom Leibe! Geht ihr einen auf den Sack? Wo soll das jetzt sein? Geist, ja? Na super! Boah! Sniper! Alles klar, dann bräuchte ich jetzt mal ein bisschen... Nee! Okay, und los geht's hoch! Komm! Komm! Komm schon! Komm hoch! Hoch! Okay, Assacina! Deine Chance! Perfekt! Danke, my man! Dafür hab ich dich geholt! Zünden wir das Signalfeuer! Was ist denn da oben? Habt da oben irgendwas gesehen? Hup! Hup! Egal, wir wollten aber zu den Roma! Oder... Oder... Die Leute verfluchen wollten wir eigentlich... Dvan, wir sind mit dem... Ja, ich bin von mir... Lieber... Das Ding!